Was dürfte niemanden überraschen, wenn Real-Time Advertising oder Programmatic Advertising eines der Top-Themen der diesjährigen Dimexco werden wird. Ein Thema, das den perfekten Hype-Cycle abgebildet hat von riesigen Erwartungen, die bereits seit einigen Jahren im Markt formuliert werden, hin zu einer gewissen Ernüchterung, die man so in den letzten zwölf Monaten doch spüren konnte. Technische Überforderung, eine Komplexität in der Marktlandschaft, die gigantisch ist. Und meine Hoffnung für dieses Jahr ist, dass sich dieser Hype-Cycle jetzt auch ganz prototypisch weiterentwickelt, dass man also sozusagen aus dem Tal der Tränen, aus der Ernüchterung und der Verwirrung heraustritt in einen funktionierenden Markt, in dem vor allem eines wichtig ist, dass Programmatic Advertising nicht als ein neues Geschäftsmodell verstanden wird, sondern vor allem als eine Möglichkeit, die Distribution von Online-Werbung zu optimieren, perspektivisch auch von anderen Werbungen, also aller Werbung, die über digitale Kanäle ausgeliefert wird. Da sehen wir riesige Potenziale. Mit welchen Geschäftsmodellen diese Potenziale dann gehoben werden, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber entscheidend ist für uns, dass wir in einer extrem komplexen digitalen Landschaft alle Möglichkeiten nutzen, um Distribution von Werbungen zu vereinfachen und zu optimieren. Vielen Dank.